Hey guys, euer EndSmashler hier am Drücker mit einem neuen Unboxing-Video mit The Blue World of Unboxing. Oh Gott, ja, ich weiß, der Witz, da wird langsam langweilig. Aber egal. So, ich habe mir mal wieder etwas bestellt. Ja, tolles Bild, oder? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Warum Sie nichts sehen, das sehen Sie gleich. Denn es ist ein mega-riesen-Paket. Na gut, so mega-riesig ist es vielleicht auch nicht. Aber egal. Mit meinem Cuttermesser von der Ausbildungszeit tun wir das Ganze einfach mal vorsichtig aufschneiden. Ich sage es mal so, ich habe schon ziemlich lange auf diese Bestellung gewartet, weil es da zweimal Probleme gab. Dieses Problem war zweimal dasselbe. Was nicht ganz so schön war. Okay. Ich habe es gleich. Ich habe es gleich. Ich habe es gleich. So. Ich stelle das gerade mal auf den Boden. Dann kann ich das hier sicher rausnehmen. Wieder schön viel Polster. So. Und ich sehe schon, mich lacht hier gerade eine kleine Überraschung so ein bisschen an. Yay. Plastik. Bällchen. Mit. Ich das richtig sehe. Mit Pokémon-Figuren. Ach, wie schön. Wie gesagt. Das ist ein kleiner Zusatz. Das komme ich später. Wenn ich es nicht vergesse. Nicht wegrollen. Nicht wegrollen. So. Denn ich habe mir wieder mal etwas bestellt. Und zwar bei Kujumi. Oh yeah. Geil-O-Mat. Noch mehr Polster. Die Rechnung. Die Rechnung interessiert euch bestimmt nicht. So. Schön vorsichtig. Schön vorsichtig, dass auch ja nichts drankommt. Weil sonst raste ich aus. So. Ihr könnt es vielleicht schon erahnen, was es sein könnte. Ich habe hier den Papier. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht sehen. Ja. Ich habe mir nochmal... Gucken, dass ich das hier ein bisschen hoch stelle. Ich habe mir nochmal so eine Pokémon-Statue bestellt. Die ist beim letzten Androffing schon da. Nur diesmal ist es Serena aus Pokémon X&Y begleitet von ihrem Fünx. So. Und auf den ersten Blick... Muss ich sagen, es sieht wunderschön aus. So. Serena. Die Protagonistin. Die weibliche Protagonistin. Die weibliche Protagonistin. Ja. Die Protagonistin aus Pokémon X&Y. Zwei sehr coole Editionen. Und das ist dieselbe Figuren-Reihe. Wie ihr sie im letzten Unboxing schon gesehen habt. Von der Pokémon-Figure-Serie. Hier noch ein schönes Artwork. Von Serena und Fünx. Richtig schön. Richtig toll. Ich finde diese Artworks richtig toll. Also die sind richtig nice. Muss ich mal so sagen. Hier nochmal die Figur selbst. So wie das aussieht. Richtig schön. Serena und Fünx. Wunderbar. Okay, die Verpackung selbst. Die sieht schon mal richtig nice aus. Und daran hat es auch immer gelegen an der Verpackung. Weil ich weiß nicht, was für Typen da bei Kojumi gearbeitet haben, als ich mir das bestellt habe. Weil als ich mir die erste Figur bestellt habe, da war die Verpackung total zerkratzt. Also hier vorne. Dann habe ich das gesagt. Jo, so und so ist es. Und da hat er meine Vertrauensperson. Ja, der hat dann gesagt. Nö, so geht das natürlich nicht. Wir schicken eine neue. Ja, und die zweite. Da war die Verpackung total zerdellt. Hier vorne alles eingeknickt. Und ah. Was sollte das? Also was für ein Vollpfosten. Bei Kojumi muss ich echt mal so sagen. Was für ein Vollpfosten hat das da bitte eingepackt, dass das so zerdellt war. Ah, nö. Aber jetzt meine Vertrauensperson. Die ist persönlich wieder ins Lager gefahren. Hat das persönlich eingepackt. So richtig schön vorsichtig, wie das sein soll. Und jetzt habe ich hier, zumindest von der Verpackung her, ein richtig tolles Stück hier. Wunderbar. So. Also die Verpackung selbst sieht ja richtig toll aus. Aber trifft das auch auf die Figur zu. Mal wieder ganz vorsichtig wieder den Aufkleber hier durchschneiden. Also den Aufkleber hier oben. So. Vorsichtig und zack. Gut. Jetzt muss ich das Ding nur noch ganz vorsichtig aufkriegen. Komm schon. Geh auf. Please. Mach keine Macken. Äh, zack. Ach, keine Ahnung. Jetzt ist es, was ich sagen will. Mach keine Faxen. Ich stelle die Verpackung jetzt gerade mal auf den Boden, damit ich das besser rausnehmen kann. Komm her. Sirena und Füngs. Da haben wir sie wieder. Und die Verpackung, die stelle ich einfach mal ganz dreist wie ich bin, hier in den Hintergrund. So. Jetzt brauche ich wieder mein Treus-Kattermesser, weil hier sind auch nochmal Aufkleber. Ähm, ja. Das heißt Aufkleber. Teser, Film, Streifen. Die müssen natürlich auch noch durch. Damit wir die Figur auch aus der Verpackung vollständig rausholen können. Das Ganze muss natürlich wieder vorsichtig sein. Ich habe da unten jetzt auch noch einen Streifen geschneiden müssen. Stopp. So, und Füngs, das fällt mir hier jetzt gleich raus. Das darf natürlich nicht sein. So. Okay. So, und jetzt ganz vorsichtig, richtig zärtlich, wie man bei sowas mal sein muss. Holen wir die Figur raus. So, gut. Gucken, dass ich das hier irgendwie richtig gut hinkriege. So, und jetzt müssen wir erstmal den ganzen... ...den ganzen Plastikkram, die ganze Plastikfolie müssen wir jetzt hier erstmal wegbekommen. Wie bei der letzten Figur auch alles schön eingepackt, damit auch ja nichts dran kommt. So, dann schauen wir mal. Serena. Eine richtig schöne Figur. So auf den ersten Blick. Hoffentlich sind keine Mängel dran. So wie es bei meiner ersten Figur war. Also, von der Schwarz-Zwei-Weiß-Zwei-Figur. So auf den ersten Blick... ...sieht die Figur richtig nice aus. Also, ich kann keine Mängel entdecken. Sieht jedenfalls top aus. So, dann... ...gib mir doch mal ein bisschen... Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Ich merke gerade... Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Wenn ich die Kamera hochhebe, dann bekomme ich hier die übelsten Abspackungen hier bei der Tonaufnahme. Was eigentlich nicht sein dürfte. Ich meine, das hängt doch voneinander überhaupt nicht ab. Ach, was weiß ich. Jetzt sehen wir hier nochmal richtig schön Serena. Wunderbar. Richtig toll in der Nahaufnahme. Was ich auch cool finde, die Tasche, die glitzert so ein bisschen. Also, richtig nice. Finde ich toll. Nach hier wieder... ...der Sockel. Auch wieder an einer Stelle angeschraubt, die Figur. Sehr, sehr nice. So, dann gucken wir mal noch bei Fynx. Das gehört ja auch dazu. Das kleine Pokémon. So. Da haben wir es. Das kleine Fynx. Ein sehr niedriges Pokémon. Passend zu Serena. So. Jetzt richte ich das Ganze mal noch schnell so ein bisschen her. Damit es auch schöner aussieht. Das war dann der Hauptteil. Jetzt gucken wir hier noch schnell, was mir mein werter Kollege hier geschickt hat. Schauen wir doch mal. Diese kleine extra Bonus-Überraschung. Erst mal gucken, wie ich das hier aufkriege. Ah, gut. Okay. Ach, wie süß. Ach, wie süß. Wie geil. Ach, wie süß. Oh Gott. Ach, du meine Güte. Ist das niedrig. Kann ich so kleine Anhänger. So kleine Pokémon-Anhänger haben. Ganz kleine Pokémon-Anhänger. Von Misty haben wir hier einmal. Ach, wie süß. Kann man sogar hinstellen. Hat hier so eine kleine Stehhilfe. So nenne ich das jetzt einfach mal. Und dann kann man die da so hinstellen. Ach Gott, ist das geil. Ist das geil. Da muss ich jetzt echt einfach mal einen schönen Gruß an den lieben Emra aussprechen. Ja, das ist die Person, an die ich mich immer wenden kann, wenn es irgendwie Probleme gibt bei Kojumi. Der hat mir das als Zusatz geschenkt, weil, wie ich gesagt habe, es gab Probleme bei dieser Bestellung. Weil eben so ein Vollpfosten bei der Verpackung es irgendwie nicht gebacken bekommen hat, die Ware sicher einzupacken, dass da nichts passiert. Und er hat das dann geregelt. Er hat das Ganze selbst eingepackt. Recht schön vorsichtig, wie ich ihn kenne. Und jetzt hat er mir als Entschädigung, weil es halt so lange gedauert hat, mir noch diese Pokémon-Anhänger mit dazu gegeben. Jetzt haben wir hier nachher noch Maike. Da bin ich echt froh, dass er Maike mit dazu gepackt hat, weil Maike ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Es ist jetzt halt so ein kleines extra Bonus zu diesem Unboxing. Ich meine, wenn der gute Emra mir hier schon das dazu schenkt, dann muss ich das natürlich auch zeigen. Wer ist das? Das ist richtig cool. Das gefällt mir. Das ist richtig nice. Das ist richtig cool. So. Wir haben noch drei Stück übrig. Die packen wir jetzt auch noch schnell aus. So, wen haben wir hier? Ah, hier haben wir Serena. Jetzt haben wir Serena einmal in groß und einmal in klein. Ah, komm schon. Stell dich nicht so an. Ach, halt, Moment. Das Podest, das fehlt noch. Ja, die Stehhilfe halt. Ah, okay, bei Serena ist ein kleines Anhänger, gibt es ein Mängelchen. Die hat da so einen ekligen Farbklecks an der Wange. Ist ein bisschen schade. Da seht ihr das? Hier diesen braunen Fleck an der Wange. Das ist ein bisschen schade, aber naja, gut. Es ist geschenkt. Und einem geschenkten Gaul kommt man nicht ins Maul, ne? So, dann gucken wir mal, wen wir als nächstes noch haben. Ja. Und das ist, wenn ich richtig sehe... Lucia oder Lucia. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Im Anime hieß es Lucia, aber... RTL2 Synchro, die darf man nicht ernst nehmen. Ich sage nur Sasuke. RTL2. RTL2 hat null Ahnung. Oh Mann. Und ich liebe... Ich nenne sie jetzt einfach mal Lucia. Weil ich sie aus dem Anime kenne. Auch sehr, sehr niedlich. Richtig süß. So kleine Schlüsselanhänger. Das ist richtig... Das ist richtig goldig. Also... Emrah. Auf dich kann ich mich verlassen. Wenn ich weiß, ich bestelle was und du kümmerst dich drum, dann weiß ich, da kommt alles sicher und ordentlich an. Und einfach mal vielen, vielen Dank für dieses kleine Extra-Geschenk. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Und hier haben wir, wie heißt sie nochmal, Lilia oder so ähnlich. Jedenfalls die Charakterin aus Pokémon Schwarz und Weiß. Das ist auch niedlich. Richtig nice. Richtig toll. Ich frage mich, wie die ihre Haare hinbekommt. Also meine Güte, das ist ja eine Haarpracht vom Feinsten. Das ist süß. Also richtig geil. Richtig toll. Gefällt mir. So ein kleines Extra, ne? Jetzt bleibt die Stehhilfe nicht dran. Das Podest. So. Gut. Und damit endet dieses Unboxing-Video auch schon wieder. Nochmal vielen, 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 vielen Dank an den guten Emrah, der das hier für mich geregelt hat. Der sich persönlich wieder darum gekümmert hat, dass hier alles mal wieder mit rechten Dingen zugeht. Und mir diese kleinen Anhängerchen noch geschenkt hat. Für diese Komplikationen. Auf jeden Fall richtig nice. Emrah, du bist cool. Du bist ein richtig cooler Typ. Und ich hoffe, ich kann mich auch weiterhin auf dich verlassen. So. Link in der Videobeschreibung, wie immer, wenn ihr euch auch was von Kojumi bestellen wollt. Wenn ihr auch so etwas haben möchtet. Und wie immer würde ich mich dann auch freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Und denkt daran, immer schön zocken. Ciao. Ciao. Ciao.